Ein wunderschönes Hallöchen an alle, die wieder eingeschaltet haben zu Let's Play Anagmiles, die Serien von Maple Creek. Ja, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und haben einen Toten entdeckt im Keller, der anscheinend Selbstmord begangen hat. Haben dann hier hinten versucht, das ein Rätsel zu lösen, aber es fehlt uns hier noch ein Stück. Ich denke mal, das müssen wir hier platzieren. Wir müssen es jetzt nur erstmal finden. Das wird das größere Problem sein, denn ich weiß nicht, wo wir danach suchen sollen. Ähm, ja, wir müssen einfach mal schauen. Er ist immer noch paralysiert. Und, ja, okay, hier können wir wimmeln, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ähm, ja, Schmetterling, Vogelkiffig und Tischdecke. Achso, und wenn ich euch frage, warum ich hier immer so die Reihe nachgehe, ich finde, das ist für mich halt bedeutend einfacher, wenn ich das halt so in der Reihe mache. Ähm, weil ich suche mir sowieso schon so oft den Wolf, dass, äh, ja, das glaubt ihr gar nicht. Ich sag nur, das Ding mit der Pfeife, die hier hinten gegangen hat, da wäre ich nie drauf gekommen. So, Schuhe. Hammer und T-Sieb, 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 T-Sieb. Aber der Hammer fehlt noch. Da ist der Hammer. Koffer, Nägel und Feder. Das hier habe ich durchs letzte Mal schon gesehen, den Koffer auch. Stern, Herz und Uhr. Uhr. Stern. Und das Herz könnte jetzt etwas, ah ne, da, da ist das Herz. Also bei manchen Bildern, wenn ich da schon länger mal drauf rumgestarrt habe, dann ist das ganz easy peasy zu finden. Ähm, es gibt dann aber auch Momente, wo es dann eher weniger der Fall ist. Jetzt haben wir einen Hammer. Okay. Ähm, ich glaube, ich war wofür. Hier für den Turm vielleicht, damit wir hier die Dinger reparieren können. Ich glaube, dahinter war noch ein Blatt. Das Geheimversteck. Uh, mit einer Zahl. 6, 0, 9, 1, 3. Okay. Sollten wir uns vielleicht merken. Aber jetzt kommen wir ja auch hier hoch. Keine Glühbirne. Alles in dieser Stadt ist heruntergekommen und verlassen. Dasப sind aus. Ach. Wo selbst Reinigungsmittel. Nimm einfach die Säure. Jetzt ist weg. Okay. Wir brauchen Reinigungsmittel. Wo kriegen wir denn jetzt Reinigungsmittel her? Da nicht. Ah, hier können wir auch filmen. Das ist auch gut. Haken und Seil. Walkie-Talkie und Kaffeebecher. Ah, Walkie-Talkie. Kaffeebecher. Das sind Soda-Becher. Kaffeebecher. Haken und Seil. Haken und Seil. Feuer, das Schäuer, Rad, Muttern, Handfeger. Handfeger. Feuer, das Schäuer. Und Rad, Muttern. Feuer, Klee, Blatt, Zahnrad und Dreieck. Klee, Blatt, Dreieck und das Zahnrad. Da ist das Zahnrad. Eiche, Euro und Pfeil. Euro ist hier. Eiche, Euro und Pfeil. Eiche. Ich weiß, dass wir beim letzten Mal den Pfeil gesehen hatten. Ich weiß, was wir ihn mal gesehen hatten. Als wir das erste Bild hatten. Da ist der Pfeil. Da ist der Pfeil. So, und mit dem Haken und Seil. Ähm, nein, das stimmt. Die Glocke, Detektiv. Trifft mich anschließend bei der Statue. Jemand war in meinem Zimmer und hinterließ mir eine Nachricht. Die Glocke. Ihr Schlag lässt es mir kalten Rücken herunterlaufen. Irgendwas in diesem Ort stimmt nicht. Statue. Was könnte das nicht sein? Wenn ich diesen Mann finden will, muss ich wissen, was diese Statue ist. Ich muss ihn treffen. Wer ist er? Die Glocke. Statue? Das? Ähm. Okay. Das hat damit bestimmt auch nichts zu tun. Okay, und das bestimmt auch nicht. Die anderen sagen sowieso nicht. Okay, der Prediger auch nicht. Okay, gut, 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 gut. So. War ja nur ein kleiner Test. Und dann einmal runter. Da könnte ich schon raus. Von Frito, was könnte die sein? Okay. Ich formen so nur jetzt merken. Und hier können wir wieder wimmeln. Und das ist eine komplett neue Wimmelbildszene. Das kann dauern. Schraubenzieher, Blumenzwiebeln, Schallplatte. Zweimal. Einmal habe ich. Ah, mal habe ich es schon. Schraubenzwiebeln, Schraubenzwiebeln und Blumenzieher. Da. Da ist der Blumenzieher. Entbohren wir nur noch die Schraubenzwiebeln. Da ist die Schraubenzwiebeln. Ähm, wo ist die andere Schallplatte? Da. Gut, der Traum, Regenschirm, Telefonhörer. Regenschirm. Gute Trauben. Ein Telefonhörer. Hm. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Kaugummihaken und Messer. Kaugummihaken und Messer. Kaugummihaken und Messer. Kaugummihaken und Messer. Da ist ein Haken. Da ist auch einer. Schuh, Haken, Laute. Da ist es besser. Ah. Juhu. Ne. Schuh. Haken und Laute. Laute. Haken. Kaugummi. So, ein Haken fehlt noch und der Telefonhörer fehlt. Da ist der Telefonhörer. Jetzt fehlt nur noch der Haken. Ein Haken. Der hat doch keinen Haken mehr, ne? Da habe ich zwar auch schon mal definitiv draufgeklickt, aber passt. Verschlossen. Der Schlüssel muss irgendwo im Haus sein. Gut. Dann nehmen wir die Gartenschere noch mit. Das ist nicht so, wie ich es erinnern kann. Niemand hat hier hier und hat das Körper examiniert. Ja. Jemand von hier und hat die Leiche untersucht. Wer und warum? Hm. Sehr gute Frage. Er ist auch weg. Ja, vielleicht hat er mit der Sache etwas zu tun. So, hier kann ich aber auf jeden Fall das mal aufbrechen. Nehmen wir das mal weg. Oh, hier ist das Symbol, was wir brauchen. Hier ist auch noch eins. Leichen im Keller. Und so viele. Ja, dabei kommt der Ausdruck Leichen im Keller haben. Eine ganz, ganz, ganz andere Bedeutung. Der hier hat, äh, Buchstäblich Leichen in seinem Keller. Gut, dann setzen wir das hier auch einmal ein. Gut. Und so was finde ich, hier ganz, ganz schlecht, ne? So. Okay, haben wir es hier mit Dracula zu tun? Der hat sich einfach mal verpufft. Wieso verpufft er einfach? Oh, lol. In Trance, alle Bewohner in der Kirche versammelt und in eine Art Trance verfallen. Okay. Das ist der Dagger, den der Mann aus meiner Wohnung stole. Ich finde es stumpf, aber sehr spitz. Zum Schleinen nutzlos, doch ideal zum Zustechen. Ganz schön, wie kann man sie nur öffnen? Ach, Säbeln. Aber wahrscheinlich gehen wir den Kerzen. Ein paar Kerzen fehlen. Ist ja eine Anordnung von Bedeutung. Wahrscheinlich. Dann gehen wir erstmal wieder nach draußen und wir dürfen wieder wimmeln. Sehr schön. Schuhabdruck, Fledermaus, Gehstock. Gehstock und Fledermaus, Gargoyle, Meißel und Stiefel. Stiefel. Gargoyle. Wo auch immer der Weiße sein soll. Da. Knopf, Gabel, Kranz. Kranz. Knopf. Gabel. Blitzurne, Eule. Eule. Blitz. Äh. Wäre jetzt von oft ausgegangen, dass das die Urne ist, aber dann ist das die Urne. Wir haben einen Meißel. Wir können zum Tor, wir können aber auch zum Friedhof. Buch von J.S. Collins. So, wir brauchen noch eine dritte. Mit dem Efor kann ich etwas erkennen. Den schnibeln wir einmal. Sieht für eine Vertiefung für irgendwas aus. Ja. Aber jetzt ist die Frage, für was? Ich glaube nichts, was wir gerade bei uns tragen. So eine Art Symbol haben wir halt einfach noch nicht. Das könnte ein Symbol von den Dingern sein. Beweise. Okay, wir haben neue Beweise. Wir haben einmal. Okay, ich dachte, das könnte vielleicht zum Opfer passen. Aber scheinbar nicht. Das hier passt zur Trance. Es scheint, die Glocke war eine Art Medium, um die Bürger von Maple Creek zu hypnotisieren. zu verhexen. Und sie für irgendein dunkles Ritual zur Kirche zu locken. Ich muss die Glocke zum Schweigen bringen. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, ich mache hier für heute Feierabend. Dies wird, oder ist es jetzt ein etwas kürzerer Part geworden. Ich hoffe, das ist für euch kein Problem. Der nächste wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Spielwünsche oder sonstiges habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Oder ihr schreibt es im Disco-Server. Alles wird hier nach verlinkt. Oder zwischendrin irgendwann mal verlinkt. Mal gucken, wie ich das am besten einrichten kann. Und ja, ich freue mich, euch wiederzusehen. Beziehungsweise wiederzulesen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich kam zu einem Geek in search of a missing girl. Und ich habe bereits angefangen die Investigation. Wenn... Wenn was? Wer will es? Jeden weill? Ich habe sicher! Du bist ein Fein gerät Hugo. Nein, ich habe es vielsymer. Untertitelung des ZDF, 2020